Dir sind deine Zähne zu gelb, du hast schon so viel versucht, was aus dem Internet gekauft, nichts hat geholfen und das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist das Bleaching, das Powerbleaching beim Zahnarzt, aber da hört man so viel Horrorgeschichten, so viel Negatives, das soll wehtun, den Zahnschmelz irgendwie zerstören, ja, Zähne richtig kaputt machen, das soll wehtun. Ist das eigentlich wirklich so? Pass auf, ich nehme dich heute in mein Selbstexperiment mit. Ich lasse mich heute als Zahnärztin selber bleachen, zeige dir, wie es geht und anschließend beantworte ich alle Fragen, die mir so im Alltag rund um das Bleachen gestellt werden und löse vielleicht den größten Bleaching-Mythos. Das allererste, was wir machen, gemeinsam mit unserem Patienten, ist die Farbbestimmung, das heißt, wir gucken einfach, was wir für eine Ausgangsfarbe haben. Ich habe dir schon mal vorsortiert, ja, du siehst einfach, es gibt die unterschiedlichen Farben. Ich denke mal, dieses hier ist das, was dem Ganzen am nächsten kommt. Die Zähne sind schon relativ hell und ich denke mal, das kann dem Ganzen schon fast entgegen und ich bin gespannt, was da jetzt wirklich geht. So, du siehst, ich bin hier noch gerade am Ende meiner ersten Runde und wir haben heute noch eine Runde gebleached, weil mir das sonst auch persönlich zu hell wird, aber du siehst, es ist heller geworden, ja. Also von daher haben wir jetzt noch kurz die Möglichkeit, die häufigsten Fragen zu klären. Also, letztendlich, ich kenne keine andere Methode, die du dir im Internet kaufen kannst, die dir deine Zähne einfach wirklich weißer macht und alles, was du in der Drogerie kaufen kannst, ob das Stripes sind, bitte, bitte keine Whitening-Zahnpasta, das verlinke ich dir hier oben nochmal das Video, was ich gemacht habe, weil die zerstören wirklich deine Zähne, die machen den Schmelz von dem Zahn einfach kaputt, ja. Und hier in diesem Verfahren ist es einfach so, dass du durch dieses Bleichmittel, durch diese pulsierende Erwärmung des Ganzen einfach den Rauszug von Farbstoffen aus deinen Zähnen rausholen kannst und je nachdem, ob du vielleicht Raucher bist, gerne Espressi trinkst oder mal gerne einen schönen Rotwein, kann es natürlich sein, dass wir, je älter wir werden und sich einfach die Zähne verfärben, das ist ganz klar. Aber der entscheidende Moment, damit du keinen Schaden an deinen Zähnen erlangst, ist einfach, dass du es beim Profi machen lässt, ja. Weil wir gucken vorher einfach nochmal die Zähne durch, weil du darfst keine Karies haben, du darfst keine undichten Füllungen haben, keine undichten Teilkronen, Kronen. Weil da ist es natürlich so, dass dieses Bleichmittel da reinkriecht und dann gibt es Schmerzen. Also vorher gibt es den Check-up und das Okay vom Zahnarzt, dass du bleachingfähig bist quasi oder nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Wichtig ist auch zu verstehen, wenn du gebleached hast, dass es vielleicht sein kann, dass Folgebehandlungen nötig sind. Was heißt das? Klar, wir müssen vorher die Zähne so ein bisschen sauber machen, weil Belege werden halt nicht heller, ja, ganz klar. Also die Zähne müssen regelmäßig in der professionellen Zahnreinigung und kurz vorher einfach sauber gemacht sein. Und dann ist es einfach so, wenn du Füllungen oder sowas hast oder vielleicht eine Franzhahnkrone, klar, tote Materie wie Füllungen, Kronen, das verändert sich natürlich nicht. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass dir das bewusst ist und das wird dir auch dein Zahnarzt sagen, dass man sowas vielleicht irgendwie angleichen kann. Ganz entscheidend ist es zum Beispiel, wenn bei dir gerade ein neuer Zahnersatz, eine neue Sanierung ansteht. Dann finde ich es immer ganz cool, sich Gedanken darum zu machen, gefällt mir eigentlich meine Zahnfarbe oder nicht. Weil wir als Zahnärzte müssen uns natürlich daran orientieren, was ist denn sonst noch bei deinen Zähnen los. Okay? So, eine der häufigsten Fragen ist noch, wie lange hält das Ganze und was kostet das? Wie lange hält das? Das, was die Firmen letztendlich auch vorgeben, ist ungefähr drei, vier Jahre, dass du einfach auch ein Gefühl dafür hast. Und klar, das kostet Geld, ganz klar, weil wir natürlich auch deine Zähne schützen müssen. Und das Ganze hat auch einen relativen Zeitaufwand. Das heißt, wir müssen ja dich einpacken. Du hast es gesehen vorher in dem Video, dass wir deine Lippen schützen, dein Zahnfleisch ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es immer so 15 Minuten Steps, wo wir letztendlich mit dir zusammen gucken können, reicht dir das schon oder reicht dir das nicht, dass wir nochmal eins draufpacken. Das heißt, du hast ungefähr so einen Zeitaufwand, würde ich mal sagen, round about zwei Stunden. Und du hast Preise unterschiedlich in den Praxen. Ja, da ist jede Praxis, kann sich das selber überlegen. Das heißt, du hast einen Wert, weil das Bleaching-Material natürlich auch seinen Kostenfaktor von 300 bis 500 Euro findest du auf jeden Fall eine Praxis, die das bei dir macht. Und ja, das sind so die häufigsten Fragen. Und schreib mal unter dieses Video, ob du schon Bleaching-Erfahrung gemacht hast. Würde mich echt mal interessieren. Und wie lange das vielleicht gehalten hat. Und wenn du dann sagst, ja, jetzt habe ich weiße Zähne, aber was kann ich denn tun, damit die möglichst lange weiß bleiben? Dann klicke jetzt schnell auf dieses Video, wo ich dir zeige, wie du richtig und vielleicht noch besser Zähne putzen kannst, damit du ein strahlendes, gesundes Lachen hast. Bis dahin. Ciao.